Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Interesse an Milescraft Pentograph Pro Modell Nummer 1221. Vor den ersten Schritten vergewissern Sie sich, dass alle notwendigen Komponenten wie im Handbuch aufgelistet, vorhanden und in gutem Zustand sind. Falls eine Komponente fehlt oder beschädigt ist, bitte Milescraft sofort benachrichtigen, damit wir die Mängel beheben können. Fangen wir gleich mit dem Zusammenbauen Ihres Pentograph Pro an. Der Hauptrahmen Ihres Pentograph Pro kommt ab Werk vollständig zusammengebaut. Zur Befestigung der Lagerböcke und des Tasters am Rahmen zuerst die Stopp-Muttern auf die Stützbolzen aufschrauben. Danach die Stützbolzen in die zwei hinteren Winkelstücke hineinschrauben, bis sie etwa 0,5 Zoll unter dem Winkelstück herausragen. Jeden Drehzapfen auf die zwei hinteren Stützbolzen aufschrauben. Die Lagerböcke in das Aufnahmeende des Drehzapfens einrasten lassen. Zum Zusammenbauen des Tasters die Winkelstückmutter lockern und den Griff in Richtung zum Benutzer drehen. Danach die Winkelstückmutter wieder anziehen. Den verbleibenden Stützbolzen in die Griffeinheit hineinschrauben, sodass er unter der Unterseite der Griffeinheit herausragt. Danach die Tastspitze auf den Stützbolzen aufschrauben. Bevor Sie die richtige Arbeit mit Ihrem Schild angehen, benutzen Sie ein Testwerkstück, um mit Ihrem Pentagraph Pro zu üben. Das Teststück sollte die gleiche Breite und die gleiche Dicke aufweisen wie Ihr endgültiges Werkstück. Eine Mittellinie auf diesem Teststück markieren, die Sie später im Setup-Prozess benutzen. Das zu fräsende Material sollte richtig befestigt und unterstützt werden. Wir empfehlen, eine 48 Zoll lange und 20 Zoll breite Haltevorrichtung aus Sperrholz anzufertigen. Die Haltevorrichtung erspart Ihnen später einige Zeit, insbesondere wenn Sie mehrere Schilder bearbeiten. Zuerst zwei Stützschienen jeweils 3,5 Zoll breit, 10 Zoll lang und 3,25 Zoll dick erstellen. Die erste Stützschiene entlang der linken Kante der Stützplatte ca. 23 Zoll nach oben von der Unterkante positionieren. Es ist sehr wichtig, dass die Stützschiene immer genau rechtwinklig zur Stützplatte steht. Danach das Testwerkstück an die obere Stützschiene andrücken und vorne 2 und 3,8 Zoll ausmessen. Dieser Abstand dient für die Befestigung der zweiten Stützschiene, die zum Festhalten des Werkstücks während des Fräsvorgangs benutzt wird. Genauso wie bei der ersten Stützschiene ist es auch sehr wichtig, dass diese Stützschiene auch genau rechtwinklig zur Stützplatte steht. Zur Sicherung des Werkstücks für die Bearbeitung mit Ihrem Pantograph Pro die Keile zwischen dem Werkstück und der Stützschiene einfach zusammendrücken. Danach die Keile vorsichtig zusammenklopfen, bis sie festsitzen und das Werkstück festgeklemmt ist. Um den Setup-Prozess der Haltevorrichtung abzuschließen, eine Buchstabenschablone in das durchsichtige Schutzblatt einsetzen und mit Stecknadeln in der unteren rechten Ecke der Stützplatte sicher befestigen. Danach den Hauptrahmen des Pantograph Pro so positionieren, dass sich die Mitte der Grundplatte über der Mittellinie des Testwerkstücks und sich die Tastspitze über dem Mittelpunkt der Buchstabenschablone befindet. Das Pantograph über Ihr Werkstück zentrieren und die Stelle der Montagelöcher im linken Lagerbock auf der Stützplatte markieren. Den Lagerbock von der linken Seite des Hauptrahmens entfernen und den Lagerbock mit zwei in die Löcher des Lagerbocks getriebenen Schrauben an die Stützplatte befestigen. Jetzt die hinteren Stützbolzen so ausrichten, dass der Grundschlitten flach auf das Werkstück aufliegt und dass der hintere Arm und die Stützarme parallel zur Arbeitsfläche liegen. Diese Einstellungen durch Anziehen der Stoppmuttern auf den Stützbolzen arretieren. Die Tastspitze so einstellen, dass sie sich ein 32 Zoll oberhalb der Schablonenabdeckung befindet. Danach die Tastspitze durch Anziehen der Stoppmutter in dieser Position arretieren. Um Ihren Fräser an der Pantograph Pro zu befestigen, müssen Sie zuerst die mitgelieferte Turnlock-Grundplatte an Ihren Fräser befestigen. Zuerst die Grundplatte des Herstellers vom Fräser entfernen, den Sie mit Ihrem Pantograph Pro benutzen möchten. Die Turnlock-Grundplatte vom Grundschlitten entfernen. Das passende Ende des Zentrierstifts gemäß den Anweisungen des Fräserherstellers in die Fräserspannpatrone einsetzen. Die mitgelieferten Turnlock-Buchsen durch Eindrehen in die Öffnung im Mittelpunkt der Turnlock-Grundplatte einbauen. Die Grundplatte über den Zentrierstift auf die Grundplatte des Fräsers herunterlassen. Die Montageaussparungen müssen dabei nach oben, also weg vom Fräser, zeigen. Danach die Grundplatte so lange verdrehen, bis die richtigen Montageslots mit den Montagelöchern fluten. Je nach Fräseausführung kann es vorkommen, dass Sie einen der Montageslots vergrößern müssen, um die Turnlock-Grundplatte richtig zu zentrieren und zu befestigen. Nachdem Sie die Grundplatte auf Ihren Fräser montiert haben, die Buchse und den Zentrierstift entfernen. Die Buchse wird nur zur Vorbereitung des Fräsers benötigt. Der Pentagraph Pro wird mit drei Frässtiften geliefert. Einen der mitgelieferten Frässtifte in die Spannpatrone Ihres Fräsers einsetzen und gemäß den Anweisungen des Fräserherstellers befestigen. Das Spit zuerst über der Grundplatte des Fräsers stehen lassen. Die Tiefenlage des Bits können Sie erst einstellen, wenn Sie bereit sind, die Arbeit zu beginnen. Wenn die Turnlock-Grundplatte an Ihrem Fräser befestigt ist, ist es einfach, Ihren Fräser auf den Pentagraph Pro zu montieren. Einfach den Pfeil auf der Grundplatte nach dem Pfeil auf dem Pentagraph ausrichten, die Grundplatte heruntersetzen und so lange drehen, bis sie in der richtigen Lage arretiert wird. Die Kabelclips an den hinteren Stützarm befestigen und das Netzkabel des Fräsers so fixieren, dass es nicht im Weg steht. Jetzt prüfen Sie, dass wenn die Tastspitze über dem Mittelpunkt des Schablonenplatzes positioniert ist, der Frässtift sich seinerseits in der Mitte des Werkstücks befindet. Danach überprüfen, ob Ihr Werkstück groß genug ist für den geplanten Buchstaben. Bewegen Sie den Taster zur Ober- und Untergrenze des Schablonenbuchstabens. Der Frässtift sollte sich innerhalb der Kanten des Werkstücks befinden. Um die Schnitttiefe einzustellen, zuerst den Fräser über dem Werkstück positionieren. Den Fräser in ausgeschaltetem Zustand herunterdrücken, bis die Spitze des Bits das Werkstück berührt. Danach den Tiefenanschlag gemäß den Anweisungen des Fräserherstellers auf die gewünschte Tiefe einstellen. Jetzt den Fräser und die Basiseinheit vom Werkstück abheben und den Fräser auf die voreingestellte Tiefe herunterdrücken. Den Fräsermotor mit dem Freidrehbahnfrässtift einschalten. Den Fräser mit dem Griff abheben und zum Werkstück schwenken. Dann den Taster über die Schablone positionieren, den Fräser langsam herunterdrücken, um mit dem Fräsen des ersten Buchstabens zu beginnen. Es ist wichtig, das Gerät während des Fräsvorgangs an beiden Griffen zu halten, um das Gerät bei Verfolgung der Schablone besser kontrollieren zu können. Arbeiten Sie langsam und gehen Sie entlang der äußeren Linie der Schablone gegen den Uhrzeigersinn. Bewegen Sie den Taster mit kleinen Hüben innerhalb der Schablone, um das überflüssige Material aus Ihrem Werkstück herauszuarbeiten. Versuchen Sie zwischen Stopps und Neustarts zu vermeiden, da hierdurch Fehler oder Mängel im Werkstück entstehen können. Ein langsames, gleichmäßiges Vorgehen führt zu den besten Ergebnissen. Nach Erstellen des ersten Buchstabens den Fräser abheben und wegschwenken, bevor Sie den Fräsermotor ausschalten. Nachdem der Fräser vollständig stehen bleibt, den ausgefrästen Buchstaben überprüfen und sicherstellen, dass das Material vollständig aus dem Buchstaben entfernt wurde. Um die richtigen Abstände zwischen den Buchstaben gewährleisten zu können, ist jede Schablone mit Zeichenabstandspunkten versehen. Den Taster bei ausgeschaltetem Fräsermotor mit Hilfe des Griffes auf den Zeichenabstandspunkt auf der rechten Seite des Schablonenblattes ablegen. Den Frässtift auf die Werkstückoberfläche aufliegen lassen. Die Lage des Frässtifts auf dem Werkstück mit einem Bleistift markieren. Die Fräse abheben und wegschwenken. Das Schablonenblatt des soeben erstellten Buchstabens entfernen und durch das nächste Schablonenblatt ersetzen. Jedes Schablonenblatt genau in die gleiche Lage positionieren, damit Sie bessere Ergebnisse erzielen. Den Fräser wieder abheben und zum Werkstück schwenken und den Fräserstift auf die Bleistiftmarkierung positionieren. Das Ende des Sicherungskeils leicht abklopfen und die Befestigung des Werkstücks lösen. Jetzt das Werkstück und den Fräser nach links verschieben, bis sich die Tastspitze auf dem Auflagepunkt auf der linken Seite des Schablonenblattes befindet. Das Werkstück durch Anklopfen der Keile fixieren. Den Fräser vom Werkstück abheben und wegschwenken und das Fräsverfahren wie beim ersten Buchstaben wiederholen. Dieses Verfahren für jeden Buchstaben wiederholen. Nachdem alle Buchstaben fertig sind, das Werkstück entfernen und den Schild Ihren Wünschen entsprechend weiter bearbeiten. ... Untertitelung des ZDF, 2020